In meinen schönsten Träumen aus Ganz beliebt schaust du mich strahlend an Es gibt nichts mehr, was meine Tränen kann Ganz im Weiß, so gehst du neben mir Und die Liebe langt aus jedem Also, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, Plagiate gibt es immer. Ich weiß nicht, wie dieser Mann, das ist einfach, zu sagen, dass hier weit weg ist. Sie wissen doch ganz genau, dass ich lieber, 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 lieber Eul bin. Und ich bin froh, dass ich heute Abend so in das Studio kommen durfte. Und das Studio ja ganz in Schwarz, aber wenn Jung das nennt, ganz in Weiß, ist es natürlich viel schöner. Ich habe Ihnen meine Nächste... Wer ist jetzt Roy Black? Sind Sie Roy Black? Also, ich bitte Sie, so eine blöde Frage. Wer ist das dann? Ich glaube, Ihr Problem, fallen Sie an die Frage. Ich bin so ein Josh-Karpp. Ich bin super. ...warte, lieber, 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 lieber. Ich bin so, dass ich... ... und dann wird das... Oh, I see. The band's not so good, maybe. Well, look, I'll tell you what. Thank you very much. What is your name? Wie heißen Sie? Ich? Ja, ich bin hier ins Studio gekommen. Wie heißen Sie wie denn? Ich bin Reibling. Ist das nicht in Reibling? Nein, 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 you're not Reibling. Nein, nein. Ich bin Reibling.